da würde einer sterben müssen vielleicht und uns na ja und der scheiße sind deswegen er ist scheiße in dem spiel ohne witz es ist halt echt so ich habe noch eine hass für dich eine ich habe 14 waffen in meinem inventar ach warte ich nehme keinen gar nicht ich könnte ich kann dir eine uc geben ich habe drei davon aber jetzt keine muni dafür deswegen möchte ich unbedingt nehmen der typ steht übrigens neben dir ja dann schmeiße ich den katana wieder ich habe einen katana über kann er nicht reinhauen aber ich habe nur 13 waffen hat gerade geschrieben not nice also der da hier neben mir steht ich bin jetzt mal zu ich habe geschrieben es war nicht extra was ich habe geschrieben es war nicht extra jetzt persönlich heißt übrigens extra ne warte ja warte mal ne 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 was laber ich ja komm wenn das so ist dann gebe ich ein paar gebe ich mir zwei water bottles und ich bin jetzt mal richtig mega freundlich ich gebe mir sogar ein schlüssel warte warte was ich jetzt noch ein spiel er hebt sich die scheiße nicht auf dann habe ich hier zurückgenommen ich bin jetzt hier nicht mehr an attack wenn er die an attack ist dann rotz ich alle in den no scope weg stehe ich hinter dem und dann ja kaputche das ist der killschmidt der stand vorher da mit seiner schmerz da hinten kommt noch einer noch einer da sind sechs leute hier aber wir dürfen jetzt nicht rausgehen dann sind wir tot und wenn die rausgehen sind hier genauso tot einer ja ist halt echt so ich überlege ich gerade echt was wir machen mal all team hart stopper ich kann mal ne flashbang werfen ja und ne fraggrenade einfach hier in die mitte ja boah megageil alle tot kein bock hier im ziel zu bleiben weißt du sowas passiert wenn wir eigentlich nur dahinten looten wollen gehen aber cool wir kommen gib zu ich bin jetzt übrigens nicht mehr da ne ich bin dahinten gib zu weißt du was wollten wir eigentlich machen weiß ich nicht geilen stuff machen und dann leute töten was haben wir geschafft geilen stuff haben wir nicht geschafft aber leute töten haben wir gemacht obwohl das eigentlich auch geiler stuff ist ich stehe es immer auch da 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 weißt was blöd ist ich hab keinen bock rauszurennen ich hab da jetzt respekt vor ja wir könnten mit dem kleider vielleicht hier an der seite irgendwo drüber fliegen ich check mal kurz ob der eine da hinten immer noch steht können die auf den turm gehen dann an der seite einfach rausfliegen was der typ da hinten steht nicht mehr da das war echt killschmidt da steht keiner ja der 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 steel gunman ist mir gefolgt mhm und ich hab mein mein dings noch nicht gelevelt mir fehlt mir fehlt ein level teil warte mal komm ich ich verkauf kurz irgendwelche sachen dann bin ich dann level 7 und hab dann auch noch 270 äh 1.270 live kriegst ja geld für jeden scheißdreck ja xp meinste äh ja kann muni nicht verkaufen dann werf ich sie halt weg alter alter ein katana verkaufen 125 xp tschüss wo bist denn du aber hier rennt gerade einer raus unser killschmidt ziel gunman willn defen auf welcher seite auf welcher seite auf der gleichen wir könnten seitlich gehen und den weg snacken ach doch die seite ähm ich lauf dir mal hinterher du bist du oben drauf oder wie ja er hat sich wach von einem kumpel geholt er hatte ne heartburner mhm oh da kommen unsere freunde was soll man machen ich überleg grad halt echt weißt du wir können hier nicht dumm rum warten lass mal jetzt mit dem kleider nach links fliegen wobei dann fliegen wir wieder in die stadt ich hab ich hab ich hab bock einfach als grad aus hier zu laufen und immer nach hinten zu gucken sicher zu bleiben halt ob die hinterher laufen weil wir haben die sniper ne ich hab keinen bock mehr zu verrecken weil wir wissen dann nicht ob die noch in der safe zone sind oder nicht weißt du ja aber die haben keinen sniper die haben die kb irgendwas ja muss ja nicht sein vielleicht haben sie einen im inventar oder changen jetzt noch es könnte sein dass einer von denen die pipe sniper aufgehoben hat die da hinten steht aber die habe ich eigentlich mitten auf die straße gelegt also das heißt was natürlich nicht besser ist ähm aber wir hören halt weißt du die macht halt nicht one shot und die die ich hab die macht jetzt halt one shot mhm die haben halt einfach null 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 chance hier irgendwas zu reißen gegen am meisten gegen mich welchen level bist du denn ja ich bin jetzt level oder drei drei ah wie viel xp hast du an punkten 173 ok was hast du gelevelt das erste waffen erstmal nur waffen äh wie viel geld hast du noch 3000 vielleicht ja weil wenn du dir äh sechs katana kaufst dann kannst du dann kriegst du schon mal xp um level 8 zu werden oder so ja aber ne ne sechs katana ja du könnt wenn du willst du kannst ja einfach noch ein äh irgendwas bullshitiges verkaufen verkaufen solche du hast du hast einen billigen rucksack an du hast einen grünen an hm ja komm dann geh mal rüber dann verkaufst du den grünen rucksack kriegst du auch xp für und geld dann gebe ich dir einen braun 200 ähm kapazität oder sowas und vielleicht bist du in level 4 ok ja die anderen haben sich anscheinend auch verpisst hier also ihr sehn jetzt alle weg bis auf dieser steel gunner ja der andere der chillt irgendwo in der gegend dem killschmidt vertraue ich nicht der hat sich vorhin schon so sneaky hingeschickt level 4 bist du level 4 hast du deinen grünen rucksack verkauft ja hast du dir die butter knife verkauft ja ok geh mal gucken kurz wollen wir einfach rausrennen planlos will ich hier nicht äh verrecken deswegen ich werde jetzt jemanden killen äh ja hast du überhaupt jemanden getötet seit wir spielen ja den einen in der save song ja aber jetzt wo wir zusammen spielen eigentlich nicht ne shit sorry du musst halt wirklich ähm du musst halt wirklich ähm also alt ist wirklich links das linke alt ist wirklich so ne taste bei der crew die hilft dir mega mäßig so ich verpiss mich okay äh ja willst du schon mal ach du gehst du willst da lang laufen ja weiß ich nicht willst du schon mal auskundschaften dann lauf ich auf der straßen hinterher warst du schon mal bei clients point ne ne was ist da weiß ich nicht das ist bestimmt nix du bist der der unter dem ding croucht gell ja wie so ne kanalratte pfff null druck hier lang zu laufen ich vertraue einfach keinem gerade weißt du ach fuck ey gehts nicht mehr lang ne ha cubeside erkundet die gegend cubeside findet die den weg raus hier nicht mehr der typ steht da kommt aufm dach aufm dach aufm dach sniper 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 welches dach äh bei mir grade aus weiter ach da wo wir vorher waren hab ihn erwischt aufs booten sehen ich hab keine ahnung wo du bist und ich kann aber auch nicht schießen er hat sich hingelegt ich bin der safe zone welches dach meinst du das äh oh jetzt hör ich schluss ja bei mir kommt auch äh bei mir kommt auch damage an jetzt ziemlich billig denn ich krieg keinen schaden ja komm baller mich ab hab ich kein problem mit warum ja weil ich in der safe zone schill ach kriegst du schüsse ab ja natürlich ist mir aber scheißegal sollte ich mich aber hier vielleicht verpissen weiß nur nicht von wo ne den krieg ich nicht da liegt ich glaub die kommen von dahinten oh da liegt da rum alter ich seh noch seinen kopf zu und ganz klein wenig vorlunzen ne ich versuche mal zu erwischen jetzt ist er gerannt ja ich hab mich seh ernsthaft ich seh nicht wo du wo bist du grade sind glaub ich zwei spieler ich steh auf so nem weißen dreckberg ich stell mich grad wieder ja ich seh dich bist du tot? ne ach quatsch ich seh deinen armen bist du tot? und auf welchem hügel ist der? oder auf welchem da geradeaus das erste haus da wo ich hingucke da lunzt auch der backbag vor ich seh es halt echt nicht bei mir ist es vernebelt aber ich kann auch nicht angreifen also ist mir scheißegal nur ist dieser dieser gunsteelman ist hier richtig hinter mir und der der wartet darauf dass die safe zone nicht mehr an der attack ist komm geh weg verpiss dich der fuck hat das verzogen grad alter ich glaub der eine hat nicht mehr so viel money der hat ich weiß nicht wie viele schüsse auf mich abgegeben aber der hat der hat keine ähm der hat ne ne lopez oder sowas der hat keine sniper bin ich mir 100 pro sicher ich weiß halt echt nicht welches haus du meinst geradeaus das das mit dem komischen dings hinten dran drauf weiß ich jetzt ist das spiel irgendwie weg ich bin grad so ein millimeter neben dem safe zone teil dass du weißt du wenn ich wenn ich irgendwie leicht getroffen wäre ich würde ich so ganz leicht rüber rutsche und dann trifft mich da schon nicht mehr da ist der rucksack wieder da ist der rucksack wieder ich glaube ich sehen ja da hinten ist der auf dem haus ah fuck da ist noch einer da sind zwei lol der eine rafft glaube ich nicht dass bei ihnen noch einer ist oder es sind Freunde ja ich glaube der zieht her ich habe ihn gesehen ich sehe aber keinen ok da rennt der eine ich sehe keinen es liegen die beide da ok der eine steht der stand gerade wieder sind die beide dahinter diesen dingen alter wie das aussieht da guckt ein grüner backpack und ein brauner vor du kannst dein backpack nicht anschießen ne kopf guckt aber auch vor aber selbst wenn ich direkt mit dem punkt drauf bin ich sehe wo es einschlägen das ist ein meter drüber irgendwie verstehe ich nicht ja vielleicht nicht so hohe präzision also ich kann natürlich jetzt weiter drauf und warten dass ein luckshot kommt oder ich lass es jetzt ok der eine rennt wieder ja ich sehe ihn gut ich bin jetzt hier nein der schießt mit der crew das hört man nur sind die weit weg der eine ist auf dem dach dieser ganz dieser steel gunman der guckt die ganze zeit neben mich vertraue dem typen nicht oh wieso bin ich so kacke ohne spaß sieht man einen von denen ja einer läuft rum ja dann läuft da ich erwisch ihn nicht ich helfe dir mal ok schüsse 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 ich ziel hin lobes oder irgendwas anderes schnelles ich weiß nicht ob der das war oder jemand anderes ist jetzt echt hoffen dass ich treffe ne daneben ganz knapp daneben war richtig knapp also es war wirklich so ein cent in halben zettel auf dem bildschirm der typ der will der will es echt von mir haben der will es jetzt wissen junge ich lasse da jetzt auch nicht locker alter ist dieser steel gunman der hockt da hinter mir und und wartet nur dass ich nicht safe bin mehr einer kommt auf die safe zone zu lock dich wo ne ne aber äh ja der zielt in richtung dir in richtung dir ich fick den weg weg mit dem was ist das los ja ich hab einen gekillt ah der wollte ah schade der wollte ähm escort packages machen wow schoss ich hab einen gekillt ich guck grad mal ich sorg dafür dass du safe bleibst ne ich weiß nicht was es für ein schuss war der hat auf jeden Fall ziemlich lange angehört irgendwie ja das kann einer von mir gewesen sein ich hab einen weggesnipert boah wenn diese safe zone einmal umschlägt ne dann ist bei mir wirklich die hölle los dann rotz ich den weg wieder schoss 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 gehen alle an mir vorbei lol er war extrem nah ich weiß nicht von wo ich beschossen werde verdammt ist vielleicht der andere von dem ich hab ihn gerade nur der hat sich verpisst haben ja mich greift einer an gerade ah ja ich hör bei dir einschläge fuck jetzt lädt er nach und da kann ich nicht weiter zurück wo steht der bei dir ja der greift mich aber an ja immer noch auf dem haus es sind immer noch zwei das ist mega das battle alter ja mich greifen die auch an ich will nicht wissen wie wenig muni die noch haben der eine verpisst sich mit dem grünen rucksack der mit dem braun ist noch auf dem dach roter rucksack hat der den roten damit ein grün ist jetzt ein ein haus weiter hin ja mit dem braun ist runter gesprungen sagt mit dem mitte wenn du den mit dem grünen siehst dann hole ich den vom himmel also ich sehe ihn aber du wirst nicht sehen weil du weißt nicht wo er ist ja dieser ganz die man alle ich hasse ihn jetzt schon der tipp der geht mir der geht mir auf die auf die eier wenn jetzt die save stone umschläge ich sagte ich baller den ab mit mit allem was ich hier habe bababababam ich geb dem ok der läuft gerade von haus zu haus über die brücke da der eine den dürftest du sehen ok jetzt ist er runtergegangen lol von der seite ich habe ja ich bin tot ja erlaubt es alle diese mutterfucker ohne witz ich zerberste jetzt ohne spaß jeden das war es jetzt er gibt seine muni gerade für mich raus ok ich bin in der nähe ja jetzt hat er gemerkt dass er mich nicht dass er mir keinen schaden machen kann ja und du das ist dumm alle nur dumm von dem pipe sniper weg geld weg na gut die pipe sniper ist aber auch nicht scheiße ey hast du nicht einmal getroffen gell naja ich habe am anfang also ich habe beiden eingegeben das war es dann aber auch die kommen auf dich zu wirklich ja ich sehe den einen da hinten der eine der eine snack dein zeug achso ja ich bin ja tot ich würde eben gerne was anlocken schade fast eingeholt weil wegen guten stuff die looten grad bei dir was sollen sie machen kommt von hinten und kribbelt sie mit der crowbar um alter ach ne mist ich bin dann versuch uns immer noch mich abzuballern die seite ein bisschen verkauft der loppe ist topst du gegen snipe halt einmal nicht an seh dich jungel also ich komme von der anderen seite in die save song gleich rein alles klar ich kann nicht gleich mit irgendwas equipen ne aber die beiden hole ich noch ja ja mit denen habe ich auch noch nicht abgeschlossen ey die werden noch weg gesnackt doch nicht andere seite oder? da bist du ja stimmt doch nicht andere seite wo sind die? da in dem komplex dahinten an der ruine ich sehn warte mal ich nehme mal vielleicht ich wissen nicht soll ich auch mal mit der loppe ist oder mit einer schrotze da rein jetzt so ein bisschen von hinten ich sehn beide sind da der eine rechts andere links ich geh da erstmal mit der tfc einfach rein ne ne mach das nicht der sniper ist praktischer die treffen dich einfach nicht von hier ja aber ich würd von hinten weißt du du lenkst ihn ein bisschen ab und ich geh dann rein oder die lopes ja wenn ich nur die lopes ist in Ordnung ah tfc ist ok den einen hab ich gesehen der wird sterben der kriegt jetzt richtig geil damage der eine aus dem nahe Kampf steilt und versuch's mal wieder ist ja geil weißt wenn man so safe zone bonus hat dann hat der einfach keine chance fuck du bist tot okay ich meine der hat mich gewand Oz schaltet wir